QB1, Face of the Franchise. Wir sind in der nächsten Woche, wir spielen gegen die Chargers. Wir haben einen super Start hingelegt. Leider haben wir eine riesige Verletztenliste mit Emmanuel Sanders, mit Lindsay, mit unserem Tight End Butt. Alle sehr lange raus. Unser Center ist für 22 Wochen raus, Faha. Das ist bitter, aber wir schlagen uns bis jetzt gut auf All Madden. Aber man merkt schon, es ist schwerer. Das letzte Spiel mussten wir in der Overtime gewinnen mit einem Field Goal. Ja, so weit, so gut. Jetzt gucken wir einfach, dass wir das Spiel gegen die Chargers auch gewinnen werden, damit wir weiter vorwärts gehen hier. Unsere Stats sind gut. Wir sind ziemlich gut beim Passer-Rating. Und ja, habe ich keinen Drive-Bull. Ja, Bocker ist unser Backup Running Back. Der macht einen guten Job. So. So, sie fumblen schon wieder. Das ist ein riesen Problem in unserer Situation, weil die fumblen jedes Spiel. Meine Wide Receiver, mein Running Back, mein Tight End, alle fumblen ständig. Das ist echt ein Problem. Das ist bestimmt der fünfte, sechste Fumble in den letzten drei Spielen. Deswegen kommen wir auch immer in so dumme Situationen. Was mir natürlich überhaupt nicht schmeckt. Was ist mit Fend und der andere Tight End? Spielt auch nicht mehr. Wow, Under Pressure, ey. Aber richtig hat es vibriert gerade. Es hat gerade richtig vibriert. Also, ich mag unseren Hooky Tight End mehr als Heuermann. Oh, ich wurde gesackt. Ich darf nicht mehr als zwei Sacks bekommen. Das war das Ziel. Also versuchen wir erstmal näher heranzulaufen. Nice. Das war ein guter Lauf. Das war ein guter Lauf vom Booker. Ja, wir versuchen wieder. Und dann Tight End. Wir müssen Bosa unter Kontrolle bekommen. Und ich muss in the Zone kommen, dann kann ich nicht intercepted werden. Bitte keine Flagg-Offense wieder. Okay. Accepted. Bei unserer O-Line hat er mich auch oft das Problem von wegen, oh, wir machen mal Holding. Da ist er schon wieder. Also ohne Mist, wir müssen mit dem Running Back auf links spielen. Der macht mir richtig Ärger, der Junge. Das da. Wir spielen das. Bosa macht mir richtig Probleme. Boah, da war er schon wieder. Ohne Mist, da war er schon wieder. Der macht richtig, der macht richtig Rambat Famba da, der Bosa. Der wird auf jeden Fall geblockt. Das ist hart. Es ist richtig hart, was hier passiert. Pfff. Was da abgeht. Mhhh, Mist. Okay. Wir müssen jetzt gucken, dass wir den Running Back... Kann ich den rüberholen? Ah, ich kann keine... Unglaublich. Unglaublich, was Bosa da veranstaltet. Okay, jetzt müssen wir uns konzentrieren. Das wird ein hartes Spiel. Das wird ein hartes Spiel jetzt. Das wird ein hartes Spiel. Hart. Also, was Bosa da veranstaltet, ist hart. Auf All-Man. All das ist richtig hart. Oh, schon wieder. Ey, der Typ ist geisteskrank. Alter, der Typ ist geisteskrank. Also, ich habe das Ziel schon nicht erreicht, weil, ja, krass. Krass, was er da veranstaltet. Wir müssen mehr laufen. Lauf, 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 lauf. Wir machen das andersrum. Ich muss auf Bosa-Seite... Ich muss auf Bosa-Seite... Auf Bosa-Seite muss ich auf... Oh, Alter, ey. Muss ich aufpassen. Der, der ist immer da. Und immer heftig. Echt. Was der da veranstaltet, ist krank. Und da habe ich wirklich Angst. Es ist nicht wahr. Ey. Das meine ich mit den Fumbles. Wir fumblen und fumblen und fumblen. Das ist echt hart. So, warte. Jetzt machen wir folgendes. Jetzt kann ich nämlich Double-Team auf ihn machen. Und jetzt kommt Sutton. So. Mit Double-Team geht's. Meine Güte. Der Bosa, der macht echt hart. Ah, Mann. Machen wir das wieder. Wir probieren es. Also, Double-Team. Auf ihn. Diese Mic auf ihn. Und jetzt geht's los. Ah, Mist. Okay. Dann müssen wir wieder in die 5. Wir machen jetzt immer Double-Team auf, äh, auf ihn. Ich kann es nicht ändern. Der ist hart. Der ist echt hart. Ne, wir machen ihn auf den innen. Hart. Echt hart. Das wird lustig. Das wird lustig. Der Typ macht mich kaputt. Das Spiel wird hart. Das wird ein richtig hartes Spiel. Tja, was machen wir jetzt? Wir müssen versuchen, schnellen Touchdowns zu scoren. Oh mein Gott, er ist in der Zone. Oh mein Gott, er ist in der Zone. Das erste Mal. Also, Kallin Meck hat mir auch schon Probleme bereitet. Aber das ist das erste Mal, dass ich Angst vor ihm hab. Wir müssen es nochmal probieren. Ich kann es nicht ändern. Ich bin jetzt nicht in der Zone, aber das ist mir jetzt egal. Also, das Goal gegen Bosa haben wir jetzt nicht gewonnen, aber gut. Na, nimm ihn doch! Ich mach das wegen, ähm, damit er wieder fit wird. Also, wenn wir das... Wenn wir das aufholen, bin ich stolz. Aber das glaub ich eher nicht. Double Team. Aber diese Mic. Und los. Lauf! Oh, Mann! Hätte er es eben schon geschafft, wäre ich ein Feelco-Range gewesen. Oh mein Gott. Wir sind 17 Punkte hinten. Jetzt wird's lustig. Ob wir das schaffen? Mit unseren Backups? Ich muss jetzt jedes Mal, obwohl wir Zeit... Wir haben keine Zeit dafür eigentlich, jedes Mal das zu machen. Nein! Ja, da müssen wir... Wir müssen konservativ übers Feld. Ich kann's nicht ändern. Ich kann... Der fängt nix. Der hält nix. Ich hab zwar keine Zeit dafür, aber gut. Bosa ist immer vorbei. Bosa ist immer vorbei. Dann machen wir das jetzt mit dem Tight End. Was soll ich machen? Wir müssen einen... Wir müssen ganz schnell scoren. Wir laufen. Boah, Bosa. Ey, Bosa ist ein Tier. Ich schwör's dir. Bosa ist ein Tier. Alter Schwede. Alter Verwalter. Bosa ist ein Tier. Ist Bosa raus? Ja, er hat ihn endlich mal. Aber die Uhr angehalten. Also das Spiel ist echt das härteste Spiel bis jetzt gegen die. Aber Bosa ist... Aber Bosa ist... Das ist Bosa. Der ist nur außerhalb der Zone. Ich hab ihn aus der Zone rausgeholt. Touchdown. Touchdown. Ja. Gut, einen hätten wir durch den Fumble vermeiden können am Anfang des Spiels. Aber sonst haben die gut gespielt. Was soll ich sagen? Ja, aufgehalten. Nee, das ist das falsche Spiel. Na egal, wir probieren's. Wir müssen's probieren. Wir müssen's probieren. Nicht fumble. Komm Bocke. Alter, das ist hart. Es ist richtig hart. Das ist der dritte Fumble in diesem Spiel. Ja, ich beeil mich ja schon. Ich kann aber nicht ohne ID's Mike machen. Da war der schon wieder. Der war da schon wieder. Der Kerl ist krank. Trotz ID's Mike. Ja, toll. Wir müssen. Wir müssen dafür gehen. Bitte. Coach. Oh mein Gott. Ah, wir haben den Ball wieder. So, wir brauchen auf jeden Fall Defense. Ich muss drei Touchdowns werfen. So. Das wird ein Touchdown. Komm. Komm. Alle sind fit. Mann. Ich bin nicht mehr in der Zone. Ich bin nicht mehr in der Zone. Mann, ey. Ihr müsst doch mal. Ihr müsst auch mal ein Double Team gewinnen, ey. Ohne Scheiß. Ihr müsst. Ja, Interception. Ich kann nicht sehen. Ich hatte keine Zeit. Der war schon wieder vor dem Einschlag. Also das ist hart. Aber gut, das gefällt mir. Es gefällt mir wirklich, dass es auf All Madden nicht einfach so ein Durchmarsch ist. Ah, die haben sie jetzt oft genug aufgehört. Aber was soll ich tun? Wir müssen den immer Double Team nehmen. Und hoffen, dass wir... Ja. Was soll ich tun? Wir müssen ein anderes Format. Wir spielen jetzt... Ich habe keine Ahnung. Ne, das kann ich nicht spielen. Wir spielen Bunch. Touchdown. Und er war schon wieder fast da. Ey, das ist so hart, was hier passiert. Wir haben wieder den Ball. Wir können das schaffen. Wir können das schaffen. Ich bin aber nicht in der Zone. Ich muss jetzt in die Zone kommen. Ach du Scheiße. Dich können sie aber noch nicht sehen. Hey, du willst mich nicht sehen. Blue-Druck walker. 25! Ja! 25! Dich will ich jetzt jetzt? Da in die Zone-in-Zone. Und der Tipp dann verändert sie die Ball. Und wenn es uns in den Platz hat, wird es in der drüber Reden gemacht werden. Und der drüber wird sie in der Drone. Es ist immer eine Sieg. Wer ist gewinnen? Wer wird es der erste Rad? Der Offens oder der Defensator? Ich Moment mich, wenn du das hast, wenn du das drüber... Wenn du das drüber drüber da hast, der drüber dann geht. lauf wir können das schaffen wir können das schaffen macht hin lauf komm wir schaffen das wir schaffen das kommt kein fumble kein fumble ich bin in der sohn wir müssen das jetzt so machen ich kann nicht in das hätte werden das wichtig noch mal noch mal so jetzt haben wir auch zeit double team zu machen wenn wir jetzt einen touchdown machen schaffen wir es also wenn wir jetzt in der nächsten zeit machen voll aufgeregt als wäre das ultimate team hier und keine ahnung nein er kann jetzt ist meine sohn weg hartes spiel nein ich hab den falschen knopf gedrückt nein ich hab den falschen jetzt sind wir im arsch wir müssen noch so ein wurf noch auf zwei solche würfe haben ja das ist das ist quasi unmöglich aber nicht es ist nicht unmöglich dadurch dass ich das falsche fiel und falschen knopf gedrückt wir probieren wir müssen jetzt einen touchdown machen das reicht die zeit nicht und ja wir haben leider einen timeout verschwindet nein das kann doch nicht sein ich hab gedacht das wäre der touchdown wir müssen das frustrieren wir müssen wir müssen fürs dauern holen das ist fast unmöglich jetzt ist fast unmöglich meine stets in dem arsch jetzt dank dieses spiels ja ich bin durch das haben wir verloren jetzt kann ich eigentlich nur noch gucken dass ich meine stets wieder hochkriege aber wir haben uns mühe übergehen na gut danke dass ihr dabei wart wir haben leider verloren und haben eine super schlechte bilanz lasst ein like da abonniert den kanal kostenlos das ist eine richtig spannende serie wie ich finde vor allen dingen jetzt auf all madden ich kann nicht ich gewinne nicht jedes spiel und besucht mich auf twitch picolas tv nicht vergessen ich bin raus wir sehen uns euer pico